Die PIEGA Premium Wireless Serie ist ein guter Klang mit modernen Technologien, die sich einfach in ein bestehendes System integrieren lässt und entsprechend klangliche Verbesserungen bringt. Dazu gehört der Lautsprecher natürlich und ein sogenanntes PIEGA Connect, die in diesem Sinne als Schaltzentrale dienen. Wir haben drei verschiedene Lautsprecher, einen kleinen Lautsprecher, einen Regallautsprecher 301 und zwei Standlautsprecher, die auf den Namen 501 und 701 hören. Das Connect-Modul bietet in diesem Sinne drei Eingänge an, wo man analog und digitale Quellen anschliessen kann. Und schlussendlich natürlich bildet das die Verbindung, die Wireless-Verbindung vom Connect zum Lautsprecher. Was es auch noch hat für einen einfachen, schnellen Zugriff, ist eine Bluetooth-Verbindung, wo man Musik dann direkt vom Telefon oder Handy auf den Lautsprecher bringen kann. Grundsätzlich baut es auf unserer bestehenden Serie auf, der Premium-Reihe, wo wir unsere Aluminium-Gehäuse verwenden, wie auch unsere Folienhochtöner. Der grosse Unterschied ist ganz klar, dass wir eine Aktiv-Technologie einsetzen und auch die ganze Signalverarbeitung digital machen und dadurch mehr Anpassungen an Lautstärken machen können. Bei der Zuruf und bei der Zürich in der Zürich Vielen Dank.